Sie sind die Besten. Dun, 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 dun. Die Besten. Dun, 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 dun. Dieses Jahr gab es keinen Fußball. Nee, Fußball wurde abgeschafft. Es hat mich überrascht, dass ich doch dieses Jahr so viele Filme doch in den Kreis der Guten, der Tops. Der Elite. Ja, hineinwähle. Und welche das sind und welche der Peter gewählt hat, das erfahrt ich. Das macht ihr doch nach dem Intro, ist doch klar. Wir sind es wieder, die Filmfressen. Absolute Empfehlung. Und der Peter. Und der Manu. Es gibt so viele unfassbar geile Filme. Es kreist einen eigentlich mit. Guckst du mal den? Da bin ich auch mal sehr gespannt. Ja, moin damit. Moin. Und herzlich willkommen zu den Top Filmen des Jahres 2022. Und herzlichen Glückwunsch. Zu? Den Top Ten Besten Filmen des Jahres. Genau. Hier ist unsere Top Ten Liste. Ich habe nur neun drin. Das ist keine Top Ten Liste. Aber das müssen wir so machen. Im Internet müssen wir eine Top Ten Liste machen. Ja, also. Damit das geklickt wird. Aber zusammen kriegen wir zehn auf jeden Fall. Es geht nur mit den zehn. Die zehn Besten. Nächstes Jahr machen wir die 100. Die 100 Besten, die 100 Schlechtesten. Zu viele Filme gucke ich im Jahr gar nicht. Ja, dann doch. Natürlich. Ja, so wie im Flop-Video schon erwähnt. Also nicht das Video Flop ist, sondern das Video, in dem es sich um die Flops des Jahres 2022 gedreht hat. Ist dies überhaupt keine subjektive Liste. Ja. Wir erheben auch Anspruch auf Vollständigkeit. Natürlich. Wir haben alle Filme gesehen, die es gab in diesem Jahr. Ja. Und noch mehr. Außer den RRR oder RRR. Den habe ich nicht gesehen. Stimmt. Wollte ich unbedingt gucken. Der ist aber zu lang. Genau. Habe ich leider nicht geschafft. Viele sagen mir, dass der sehr, sehr gut ist und dass ich den vielleicht hier reingewählt hätte. In die Top-Filme. Aber was hast du denn da so auf der Liste? Womit wollen wir denn anfangen? Genau. Ich, äh, ich weiß nicht. Ich habe einiges auf der Liste. Pass auf. Ich mache das so. Ich fange an, weil ich den Film echt großartig fand. Im Westen ist es Neues. Deutsche Produktion. Habe ich auch nicht gesehen. Immer noch nicht. Wieso auch nicht? Ähm, Albrecht Schuch. Ja. Daniel Brühl. Kenn ich. Um zwei Namen zu nennen, die uns allen was sagen. Kenn ich beide. Albrecht Schuch. Auf jeden Fall hier ganz großes Kino. Und ansonsten ist das eine ganz tolle Neuadaption. Ähm, fokussiert sich ein bisschen mehr auf den Krieg und dann auf ein, zwei intimere Geschichten. Ähm, und letztlich zeigt er genau das, was er sollte. Nämlich die Sinnlosigkeit von Krieg. Ne, ne, hier wie Seinfeld, ne, Krieg. Wozu soll der gut sein, ne? War, what is it good for? Absolutely nothing. Boom! Say it again. Ähm, der ist höchst effektiv und der lässt sich halt auch wirklich mit anderen großen Antikriegsfilmen, was Inszenierungen und so angeht, locker vergleichen. Ähm, tolles Bild. Ähm, tolle Szenen. Tolle Geschichten, die halt erzählt werden. Ein toller Film. Ähm, und das in so vielen Facetten, weil der halt auch in vielen Details, ähm, Dinge erkennt und uns widerspiegelt. Beispielsweise, wenn es um das Recycling von Ausrüstung angeht, ähm, wo dann halt auch immer noch ein Kommentar mit drin ist und halt einen sinnlosen Kreislauf in diesen, äh, in kriegerischen Verbrechen, die jetzt sag ich mal halt, äh, entdeckt. Und gleichzeitig halt auch komplett die Brutalität, ähm, von Kriegen halt so plastisch darstellt, ähm, dass man schon ein bisschen Angst hat. Ähm, natürlich in Zeiten, wo es, äh, in Europa Krieg gibt, nochmal eine ganz andere Wirkung. Ähm, aber ansonsten würde ich sagen, ist das schon so mit einer der besten Antikriegsfilme, die wir in den letzten Jahren geboten bekommen haben. Ähm, deshalb möchte ich den hier nennen. Stark. Ich finde auch gut, dass der Plan aufgeht, dass wir sagen, so zwei, drei Sätze zu jedem Film und dann geht's weiter. Ja, aber ich rede ja meistens ohne Komma und Punkt, deshalb. War nur ein Satz. Ja, genau. Geschrieben schon. Sehr schönes Review. Haben wir natürlich im Podcast drüber gesprochen und mit wir meine ich dich, weil ich hab ihn ja nicht gesehen. Ja, kannst du gerne nachholen. Läuft bei Netflix. Nope. Ah. Ist für mich einer der Filme des Jahres. Echt? Es ist nicht nur, äh, nope. Doch, in der Tat, äh, Jordan Peele's bester Film. Ever. Ist auch gleichzeitig, bisher zumindest, ist auch gleichzeitig für mich, äh, einer der besten Filme des Jahres. Ich finde, er hat's wirklich geschafft, Form und Inhalt zu verknüpfen. Wir haben sehr viele schöne Themen hier gut beackert. Die Atmosphäre ist unglaublich dicht. Hatte noch ein, äh, zählst du meine Sätze jetzt? Ja, natürlich. Er hat natürlich, ähm, auch noch ein Western gedreht und dann diese, diese Gegensätze, ne? Das mit dem, mit der Tierausbeutung, was er drin hat, ne, ähm, zum Beispiel. Oder dieses Analog, Digital und so weiter und so fort. Der eine hat nie gelungen. Ja. Finde ich, äh, großartig. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, man, mein, also, ich hab auch immer nur gehört, Leute finden den sehr, sehr gut oder können gar nichts damit anfangen, ne? Und das sind natürlich die Filme, die am interessantesten sind. Für dich vor allem. Vor allem für mich. Und in dem Fall schlägt's für mich, ähm, schlägt der Daumen nach oben aus. Ja. Großartiger Film. Ja, ich, äh, muss den tatsächlich ja nochmal gucken. Ähm, äh, also ich konnte nicht so viel damit anfangen. Das hatte ich ja damals auch schon mehr oder weniger durchblicken lassen. Ja, dann hast du ja deine zwei Sätze geliefert, dann komme ich, äh, zum nächsten. Und dann nenne ich dich jetzt einen Film, mit dem du nicht so viel anfangen konntest, beziehungsweise den du hinter deinen Erwartungen, glaube ich, äh, ansiedeln würdest. Und zwar von einem gewissen Herrn Eggers. Ja. The North Man. Ähm, ähm, der hier schön, ähm, einen mythologischen, brachialen, äh, brachiales Action-Drama bringt, was noch so viel mehr Facetten, ähm, was das Genre angeht, äh, mehr oder weniger bedient, dass sich immer schön zwischen Realität... Aber Facetten, die wir alle kennen, ne? Ja. Schön zwischen, ähm, Realität und Spiritualität, äh, bewegt. Ähm, und das sind fantastischen Bildern. Da, glaube ich, kann man nichts gegen sagen, wenn wir Björk in diesem Kostüm sehen. Ähm. Ähm, also, zu Bildern, habe ich ja gesagt, also, der Film sieht super schön aus, aber das ist das Mindeste, was ich erwarte von Eggers, dass der Film gut aussieht. Und, ähm, ja, ich weiß nicht. Bei mir auf keinen Fall in den, in den Tops. Also, es ist sein schlechtester Film bisher, also sein, ähm, belanglosester Film, finde ich. Dann wären wir bei der Subjektivität. Nein, nein, das ist eine objektive Liste. Ne, also, finde ich wirklich der Film von ihm, der mich am wenigsten mitgenommen hat, der mich am wenigsten gereizt, gepikst hat, weil das halt, das ist ja die, die Grundlage für, äh, Hamlet. Mhm. Ähm, ja, aber, ähm, würde ich halt grundsätzlich, äh, bei keinem Film als Negativum anbringen. Ne, ansonsten könntest du halt auch so Sachen wie, alles, was auf Geschichte beruht, beruht halt in gewisser Form kritisieren. Ja, aber hier ist es ja schon, es ist ja eins zu eins, es ist ja sehr nah dran. Und das ist, es ist nicht das, was ich von einem Robert Eggers eigentlich erwarte. Okay, ja, das ist ja was völlig anderes, beziehungsweise das, das akzeptiere ich ja auch. Für mich war es halt, äh, ein Erlebnis, beziehungsweise es war halt wirklich ein Kino, äh, Ereignis, ähm, was ich sonst so noch nicht gesehen habe. Ähm, weil ich bin jetzt auch nicht so Wikiner, Wikiner-affin und auch vor allem nicht erfahren, was Serien und Filme angeht. Aber Vicky kennst du schon, Vicky und die starken Männer? Ja, ich bin ja selbst einer der starken Männer, von daher. Ähm, nee, aber, da ich das auch nicht groß vergleichen kann, muss ich halt sagen, fand ich das schon sehr beeindruckend. Aber ich bin natürlich dennoch, ähm, das hatte ich auch damals gesagt, ne, den würde ich auch unter seinen Beinen davor einordnen. Aber im Vergleich zu dem, was man sonst so geboten kriegt im Kino, ja, war der für mich halt schon sehr weit herum. Ja, ist ein guter Film, ne. Ich war ja auch unterhalten, habe gesagt, ich finde ihn gut, aber eben, ist kein Top-Film. Für mich ein Top-Kino-Erlebnis, das können wir vielleicht einfach mal als honorable Menschen reinbringen. Mein schönstes Kino-Erlebnis dieses Jahr, und davon hatte ich einige, war nicht auf dem Fantasy-Filmfest, es war auch nicht auf dem Bujo. Obwohl ich da auch regelmäßig schöne Kino-Erlebnis habe. It's a hard ticket to Hawaii. Es war auf dem B-Fest, hier in Köln, schon gar nicht, wir sind gar nicht in Köln, aber, also in Köln hat das stattgefunden. In der Region. Ja, und das war sehr cool, ähm, du warst dabei, der Alessandro kam noch vorbei von Cinema Volante, noch ein paar andere Freunde. Und dann haben wir unter anderem halt Hard Ticket to Hawaii, Open Air gesehen, in einer superschönen Location, und das war ein Top-Erlebnis. Ja, ja, war ein schönes Erlebnis, vom Film her würde ich das jetzt nicht sagen. Ähm, mein schönes Erlebnis hatte ich schon mit The North Man. Echt? Okay. Ja. Da muss ich sagen, also Kino-Erlebnis in Sachen Film. Obwohl, nee, ich hab noch eins, sorry. Ja, dann sag. Äh. Wenn du mich schon so dreist unterbrichst, dann sag auch. Ne, ich wär ja dran. The Bad Man. Wie, du bist dran. Ich hab nur mein schönstes Kino-Erlebnis gesehen. Ja, danach darf ich's auch weitermachen. Okay, gut. Ja, The Bad Man, sehr schöner Film. The Bad Man, für mich die beste, mit Abstand die beste Comic-Verfilmung dieses Jahr. Gut, ist ja bis auch nicht schwer. Was lief denn noch? Doctor Strange 2, Thor 4. Ach, stimmt. Ja, der landet woanders bei mir. Äh, ja, Morbius und alles, was dann auch in der schlechten Liste gelandet ist. Black Adam und, gut, Black Panther, der soll echt sehr gut sein. Äh. Ich hab sogar Leute gehört, die meinen, ohne Marvel-Gedöns, wäre das vielleicht sogar der beste Film des Jahres gewesen. Boah. Ja, das finde ich jetzt auch ein bisschen übertrieben. Also, keine Ahnung. Kann ich mir nicht vorstellen, aber ich hab ihn nicht gesehen. Äh, Batman. Batman, äh, The Bad Man, äh, fand ich großartig. Vor allem auch das Kinoerlebnis. Ähm, auch wieder so ein Film, bei dem ihr die drei Stunden, äh, ging keine drei Stunden, aber... Der geht knapp drei Stunden. Ich hab den zweimal gesehen dieses Jahr. Ah, echt? Ja, ich hab den noch zu Hause nochmal geguckt. Okay, cool. Ich hab den noch auf Blu-Ray. Ja. Für mich, ich bin ja ein Batman-Fan, ist für mich eine der besten Batman-Verfilmungen. Ich wollte Batman immer mal so sehen, in düster, als Detektiv und so weiter. Voll geil. Ich verstehe auch die Kritikpunkte von einigen Leuten an dem Film, aber zum Beispiel finde ich den auch überhaupt nicht so lang. Der geht gut. Geilen Soundtrack. Der hat auch reingehauen im Kino, fand ich. Ein paar schöne, äh, äh, Symbole hier auch wieder. Das mit dem Cape am Schluss, das fand ich einfach großartig. Und auch mal ein bisschen was Gewagtes, so Richtung Kostüme und so. Der Riddler, ähm, was halt auch mal irgendwie, ja, roh und irgendwie anders halt. Ja. Ein bisschen Comic-esker, äh, aber schön düster halt herkommt. Fand ich sehr stark. Vor allem was Stimmung angeht. Und dann auch, wie ich finde, so ein bisschen so expressionistisch, äh, daherkommt. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, bin ich auch dabei. Ich hab ihn jetzt nicht in die Top-Liste reingeschrieben, weil es noch ein paar andere Filme gab. So als Filme an sich. Ist so auf jeden Fall, nicht nur der beste Batman-Film des Jahres. Das ist auch eine der besten Batman-Verfilmungen. Freaks Out, hab ich noch. Freaks Out? Aufgeschrieben, äh, vom Regisseur von, äh, My Name Is Geek Robot oder so. Hab ich auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Hab ich den auch gesehen? Nee, also du warst nicht im Kino zumindest. Ah ja, stimmt. Das war das mit dem Russen, ne? Also wurde eine russische Figur gespielt von einem Deutschen, oder? Was? Okay, gut. Ähm, nein. Es ist quasi X-Men mit so, trifft auf Freaks. Also es sind so Zirkus-Freaks oder halt so Leute mit besonderen, äh, wie soll man sagen, Fähigkeiten. Und, äh, die sind aber dann auch schon Zweiter Weltkrieg und so, ne? Und die werden dann in so einem, äh, also einem Zirkus. Und, äh, der, der, der Chef ist dann weg und so weiter. Auf jeden Fall geht's viel um dieses, ähm, ja, Menschen mit vermeintlichen Makeln und so weiter, ne? Und es ist, äh, der Film zelebriert halt alles das, was Kino ausmacht, ne? Hat große Bilder, hat große Kämpfe, hat Emotionen. Und die Figuren sind alle schön ausgearbeitet. Die Motivationen stimmen. Äh, wir haben zum Beispiel, der Bösewicht hat halt auch ne, ähm, ne gute, nachvollziehbare Motivation. Aber der wird für einen Deutschen gespielt. Das war's, ja. Ja, ja, das ist aber ein bisschen anders, als das, was du gerade meintest. Äh, genau. Und, äh, das ist ein wirklich hervorragender Film, ausgezeichnet. Den hab ich, äh, auch wärmstens im Podcast empfohlen. Für mich einer der Filme des Jahres. Freue mich schon, wenn der, äh, rauskommt. Ja, dauert aber noch, ne? Ja, ich weiß nicht, wann, also, ne? Für Heimkino. Auf jeden Fall war ich sehr froh, den im Kino gesehen zu haben. Weil der ist wirklich für die Leinwand gemacht. Ähm, pompöser, toller, schöner Film. Auch wenn das Finale ein bisschen lang ist, aber komm, darum geht es. Es geht ja um die Top-Filme und dann meckere ich da jetzt auch nicht. Freaks Out. Ja, wo wir bei Freaks sind, äh, Große Freiheit. Möchte ich nur mal ganz kurz erwähnen. Für mich, äh, den hab ich in diesem Jahr gesehen. Deshalb hatte ich ihn irgendwie in diesem Jahr auch verankert. Der ist aber Ende 2021 gekommen. Ins Kino? Oder produziert? Ja, genau, ins Kino. Ah, okay. Ähm, wollte ich aber zumindest nennen, weil die Kombination Frank, äh, Franz Rogowski und Georg Friedrich ist halt herrlich. Und die Thematik, besonders in Deutschland, was so Nachkriegszeit angeht, halt auch sträflich vernachlässigt, beziehungsweise, ähm, weil das ja auch so eines der Gesetze ist, die noch lange nach, äh, dem Zweiten Weltkrieg halt, ähm, aufrechterhalten wurden, wurde. Und, äh, in dem Fall dann halt, äh, Homosexualität halt unter Strafe gesetzt hat. Ähm, fand ich sehr, fand ich sehr cool, dass sie das Thema mal aufgebracht haben. Und das dann auch noch, ähm, sehr gekonnt jongliert über drei Zeitebenen zu erzählen, ohne dass man Überblick verliert, äh, sondern so, dass es das Ganze irgendwie nochmal aufwertet. Ähm, fand ich starkes Schauspielkino, ähm, mit Inhalt und Botschaft vor allem. Ähm, und das halt aus deutschen Ländern, ähm, sehe ich halt immer gerne und möchte es dann halt damit auch unterstützend halt auch nochmal erwähnt haben. Viele haben auf jeden Fall auf der Liste Licorice Pizza, ähm, der mir auch sehr gut, der mir sehr gut gefallen hat. Ähm, ich hab ihn auch hier notiert, aber ich will jetzt auch gar nicht großartig elaborieren, weil es gibt noch ein paar andere Filme, die mich da noch ein bisschen mehr gereizt haben, sag ich mal. Ähm, unter anderem war, glaub ich, der erste, nee, war das stimmt gar nicht, aber am ersten, ersten einen anderen Film gesehen, äh, einen Film, den ich sehr früh im Jahr gesehen habe, war Pleasure, eine Mockumentary quasi über die, über das Porno-Leben. Ach ja, stimmt. In Los Angeles, äh, den finde ich wirklich sehr zu empfehlen, ähm, sehr gut dargestellt von einer, äh, Jung-Schauspielerin, die, glaube ich, vorher noch gar nichts gemacht hat. Ähm, ähm, viele Menschen aus der Szene halt auch dabei und es ist halt, ähm, also fühlt sich wirklich an wie eine, wie eine Dokumentation und stellt das ohne, erhobenen Zeigefinger, alles einfach mal da. Vielleicht nicht jede Facette, das kann man dem Film durchaus ankreiden, dass man sagt, okay, gut, vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen das, ähm, die Rolle der Schwarzen, der, der, der Black-Community da oder überhaupt so von, äh, vermeintlichen Minderheiten in der Szene ist vielleicht auch nochmal ein bisschen anders. Das ist jetzt hier schon aus, aus der Sicht einer, ähm, weißen Dame erzählt. Aber, ähm, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, war, war, war super in Szene gesetzt, hat auch so mit Musikeinsatz und sowas, äh, war top. Ähm, ja, super, äh, absolute Empfehlung, auf jeden Fall Pleasure. Okay. Äh, die habe ich ja leider nicht gesehen, kann man ja nachholen. Ähm, ich hätte jetzt erstmal noch so bis zu einem weiteren Top-Film noch so ein paar Honorable Mentions, mehr oder weniger. Okay. Ähm, das wäre für mich so ein, so ein Trio irgendwo, wo ich sagen würde, die sind alle, da, 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 genau. Äh, die sind alle sehr cool, die haben alle Facetten, wo ich sagen würde, ähm, Potenzial für Größeres, äh, letztlich sehr gute Filme und zwar das Trio, ähm, ich mach mal in der Reihenfolge, wie ich es aufgeschrieben habe, Man, The Menu und Triangle of Sadness. Ich weiß nicht, ob du einen davon auf der Liste hast. Nein. Keinen einzigen? Keinen. Also Triangle of Sadness finde ich halt einen super Film. Ja. Ich habe ihn hier jetzt nicht auf der Liste drauf, ich habe überlegt, aber auf jeden Fall zu empfehlen. Ja. The Menu finde ich auch gut. Ja. Ist, ähm, der hat mir schon echt ziemlich gut gefallen, aber so für die Top-Liste des Jahres reicht es dann irgendwie doch nicht. Nicht ganz, ja. Da ist er mir dann doch ein bisschen zu, zu drisch. Also sehr, wie soll ich sagen, ne, es ist halt, es ist ein sehr konstruierter Film, ne, der funktioniert so ein bisschen auf dieser abstrakten Ebene. Ja. Triangle auch, aber der hat noch irgendwie so ein paar mehr Ebenen, finde ich. Und was hattest du noch gesagt? Mann. Ja, den finde ich, ich finde den gut oder okay, also war da nicht so ganz begeistert von. Ja, war für mich halt eine schöne... Schon positiv, aber für mich jetzt nicht der Knaller. Es war jetzt auch, ne, also Mann würde ich jetzt kurz sagen, kein großartig subtiler Horrorfilm, aber cool, aber ein cooles Thema, das er angreift, aufgreift. Und auch wie er es visuell darstellt, finde ich auch cool. Genau. Und dann halt auch noch so ein schön Kronenberg angelegtes Finale, ähm, ausatmend, fand ich cool. Ähm, und teilweise auch effektiv, was so den, 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 ja, ich sage immer Grusel angeht. Den Horror. Ja, genau. Gänsehaut, Stimmung angeht. The Menu Top, äh, Schauspielleistung. Da geht's dann halt auch mal auf, wenn du halt einige, äh, Namen hier zusammen agieren lässt. Das stimmt, ja. Ähm, und dann hast du eine schöne Kunstabhandlung und den Klassenkampf, der so verwurmt. Und letztlich, so ein Menü ist halt auch wirklich durchdekliniert. Also, der hat halt geschickt, ne. Und dann passt das Konstruierte für mich halt auch wieder. Ja. Das kann man so verargumentieren, ja. Und, ähm, dann halt auch spaßig. Wäre ich mich nicht gegen. Das ist kein Film, gegen den ich argumentieren würde. Ich mag den halt. Das ist kein Northman. Ähm, und Triangle of Sadness hat mir halt sehr gut gefallen, abgesehen davon, dass er halt lustig ist, teilweise obskur, einen, einen, einen freakigen, wo die Hälsen hat. Ähm, dazu dann halt auch das Thema Macht groß, äh, hat. Aber dann halt auch ein großer Rundumschlag. Und da halt auch wirklich vor keinem Halt macht. Ja, bin ich auch dabei. Haben wir auch besprochen, haben wir empfohlen. Ist ein Top-Film. Wir sollten uns vielleicht mal, äh, von Rüben Öztlund den Vorgängerfilm angucken, den The Square. Ah, okay. Der soll laut, äh, Thilo zumindest noch besser sein. Ah, okay. Ja, cool. Bin ich mal sehr gespannt. Vielleicht schaffen wir das ja. Ja. Dann, was hat ihr The Card Counter von Paul Schrader mit Oscar Isaac in der Hauptrolle. Okay. Für mich absolut ein, der, äh, ein Film, der es endlich mal wieder schafft, diese, eine wirkliche Taxi-Driver-Stimmung und Atmosphäre wieder zu kreieren. Ich mein, Paul Schrader hat ja auch das Drehbuch da, äh, geschrieben oder mitgeschrieben für, ähm, Taxi-Driver. Und hier als Regisseur bringt er das wirklich mal wieder auf die Leinwand. Ich fand den großartig gespielt. Also von allen Beteiligten auch, ähm, in den Nuancen top gespielt. Ich find den mega geil inszeniert. Ich hab diese Atmosphäre, also der Film, der hat mich so reingesogen. War ich voll dabei, bin ich voll dabei. Ist einer der besten Filme des Jahres. Ist bei mir nicht groß hängen geblieben, tatsächlich. Er macht ja nix. Äh, wie sieht's denn aus mit, achso, äh, guck mal, ganz kurz noch, ähm, wo wir in der Arthouse-Ecke schon sind, äh, oder eben waren. Red Rocket hab ich noch aufgeschrieben. Den hab ich nicht. Äh, von dem Regisseur, der auch die Florida Project gemacht hat. Der geht zum Hunde, ne? Red Rocket, Red Rocket, he, 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 he. Nee, Red Rocket, äh, mit einem, ähm, wirklich abstoßend, mit einer abstoßenden Hauptfigur, ähm, aber das lernen wir erst so über den Film kennen. Inszenierung mal wieder, äh, so ganz eigen, krasse, also die Ausleuchtung überhaupt, wie das so eingefangen ist und auf 16 Millimeter gedreht. Und das hat dann so einen absoluten Indie-Look und das hat auch so einen Indie-Film, ähm, mit, mit, mit wenig bekannten Darstellern, wenn überhaupt. Und, äh, auch ein Film, der einfach, der bringt uns diese, diese, diese fiese Figur näher, aber ohne auch moralisch jetzt zu urteilen. Okay. Das bleibt uns dann überlassen, was wir davon halten, was die Figur halt macht und wir können halt viel nachvollziehen. Den fand ich sehr cool. Aber was ist eigentlich mit Everything, Everywhere, All at Once? Ja, ich dachte, dass wir den zum Schluss bringen. Das ist mein Schluss. Ja gut, dann sind wir, haben uns ja wunderbar da getroffen. Das wäre mein Schluss. Ich hab jetzt nichts weiteres aufgeschrieben von den Daniels, äh, ihr bester Film und auch für mich einer der besten Filme des Jahres. Ja. Schöne Familiengeschichte, dann so abgefahren zu erzählen, sehr innovativer Film. Ja, sehr facettenreich vor allem. Ja. Und dieses, ähm, ich würde ja sagen, so, was, 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 äh, Zeitreise... Innovativ, sorry, bevor sich jetzt die Leute in den Kommentaren übergeben, ne? Wahrscheinlich kreativ ist das Bessere. Achso, ja. Ähm, was Zeitreise angeht, sag ich immer, Back to the Future ist so das Nonplusultra, weil die damit Zeit... Hot up time machine. Nein. Ähm, aber ich würde sagen, das ist hier tatsächlich so ein bisschen das Nonplusultra, wenn es um Parallelwelten geht. Wie die miteinander, ähm, verwoben sind, ähm, wie das herrlich funktioniert, wie das an, aufeinander aufbaut, wie das irgendwie kausal noch zu begreifen ist, zu... Es ist super simpel erklärt, also super simpel erzählt auch. Ja, aber es ist halt verständlich und es ist, ähm, es funktioniert. Es ist nicht kompliziert. Ja. Man weiß eigentlich immer, was los ist, obwohl das eigentlich... Ja. Da, da, da greift halt viel. Es hat keinen Christopher Nolan, ne, der das unnötig verkompliziert und verkopft, sondern es ist ein Film, der schön locker erzählt ist, aus der Hüfte und auch optisch ansprechend und so. Er hat es nicht, er hat es kompliziert gemacht, aber nicht verkompliziert. Ja, aber kompliziert erzählt, ja. Ja, genau. Ähm, aber finde ich auch, auch schön, es geht ja auf, wenn man sich das wirklich mal genau anschaut. Ähm, aber, ja. Haben wir den Tenet zweimal genau angeschaut, fand den zweimal nicht so doll. Hast du den Stradcard mal gekocht? Ähm, nee, ansonsten, sehr emotionaler Film auch, ne, das ist das Schöne, weil da sehr viel Menschlichkeit auch irgendwie drin steckt. Ja, es ist ein Familiendrama. Genau. Eingebunden in so eine actionreiche, ähm, audiovisuelle, ähm, audiovisuellen Orgasmus. Ja, wenn man so möchte. Ja. Ähm, und dann haben wir eine Michael Yao und eine Jamie Lee Curtis. Eine Jamie Lee Curtis großartig. Auf jeden Fall, beide sind großartig. Ja. Ähm, finde ich, geht hier auf, alle Figuren, ist halt auch schön, weil hier auch wieder, äh, durchkommt so, man muss ein bisschen Interesse an seinen Figuren haben, dann, Entschuldigung, kann das auch alles irgendwie funktionieren. Äh, ja, irgendwie, auch abgefahren, außergewöhnlich, da kannst du sehr viele... Und macht Spaß und ergreift einen emotional. Ja. Und das ist halt, dafür geht man doch gerne ins Kino. Ja. Ähm, ein letztes Kinoerlebnis würde ich gerne noch kurz ansprechen, um eine Person ein wenig abzufacken, und zwar den Herrn Daniel Gores. Ähm, weil ich mir nämlich überlegt habe im Vorfeld, möchte ich Smile hier reinpacken, ja oder nein? Ich weiß, es ist kein, kein Top-Top-Film. Das ist für mich auch kein Top-Film des Jahres. Aber es war eine tolle, äh, ein tolles Erlebnis im Kino. Okay. Und ein Erlebnis, das ich schon lange nicht mehr so hatte. Ähm, unabhängig jetzt davon, wie man das werten möchte, war, fand ich ihn sehr effektiv, was so Gänsehaut-Momente angeht. Ähm, war das ein schönes Erlebnis tatsächlich. Und das war so eins der, in Anführungsstrichen, intensivsten Erlebnisse mit dem minimalsten Aufwand. Und da fand ich halt schade, dass das bei ihm nicht angekommen ist. Und durch diesen Film führe ich mich halt auch so ein bisschen jünger, ne? Weil die Jugend hier auf diesen Film derbe abgegangen ist. Und, äh, da haben wir auch schon in unserem, äh, Happy Festivus-Video ja schon ein bisschen drüber gesprochen, was das angeht. Und wir hoffen, dass auch dieses Video für euch eine intensive und schöne Erfahrung war, natürlich. Natürlich. Und, ja, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, welche eure Top 10, Top 100 des Jahres sind. Top 10 reicht. Eine absolut objektive Liste, die wir hier präsentieren. Wie immer. Wir danken euch für die Unterstützung für das wunderbare Jahr 2022. Hoffentlich, äh, ein schöneres 2023. Doch, schöner. Und da kommt noch ein Video demnächst, da geht es um die Enttäuschungen und Überraschungen des Jahres, des Filmjahres 2022. Und bis dahin sind wir immer noch die Filmpfressen. Peter und Manu. Bis denn. Ah. 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 Untertitelung des ZDF, 2020